hallo liebe freunde der 8bit flow ist wieder mal ein bisschen am basteln wir sehen jetzt hier den nintendo gameboy classic würde ich mal sagen also in allerersten gameboy ich hatte mega bock gehabt mal dieses gerät noch mal neu zu erleben früher hatte ich keinen kannte das nur von kumpels aus der grundschule und hab gedacht das holst du jetzt mal nach okay ich habe festgestellt ja er hat keine hintergrundbeleuchtung ist ein bisschen schwierig damit zu spielen mit dem mit dem gamegear war das schon wesentlich angenehmer und habe mir dann angefangen solche lupen zu holen unter anderem hier den lightmax ich habe auch noch mal den lightboy hier wobei der lightboy letzten endes bau gleich mit dem lightmax ist also diese lupe die man jetzt hier drauf sieht nur dass der lightboy ist glaube ich original von nintendo und der lightmax ist irgendwie aus dem selben werk nur hat einen anderen namen weil er dann irgendwie von einer anderen firma weiter gebaut wurde also irgendwie sowas ja okay also wir habt ihr seht jetzt hier schon mal die umgebaute variante von diesen lightmax und dieser lupe und ich habe jetzt hier die beleuchtung ausgeschaltet also jetzt hier die beleuchtung von meinem tisch dass hier das halt eben schön seht hier ist also richtig krass hell geworden das ganze ursprünglich sind da halt ganz normale glühbieren drin gewesen die sind direkt an die batterie angeschlossen ohne umweg und ja dementsprechend behalt das ergebnis das war halt wirklich sehr retro und hat mir nicht ausgereicht jetzt habe ich gedacht ich bringe das ganze mal ein bisschen in die moderne und verbaue leds dazu mache ich jetzt hier wieder meine beleuchtung an kann den hier ausschalten und würde gehen wo ich auch mal aus so jetzt ist das ganze ding hier hinten noch offen die technik die da ursprünglich drin war war wirklich sehr einfach also hier seht ihr habe ich auch gelötet das war ursprünglich nicht gelötet also das ganze teil kam ohne lötarbeiten aus hier hat man einfach immer nur so metall plättchen unter spannung gesetzt dass die sich berühren und somit der kontakt halt eben hergestellt ist auch hier oben geht das weiter die lupe beziehungsweise dieses obere teil das kann man zu klappen normalerweise und wenn man das auf klappt das hat hier neben ich schaue mal ob ich das irgendwie hinkriege normalerweise kann man das ja das krieg ich kriege ich jetzt nicht ganz so hier neben sind so kontakte drin und sobald man die lupe aufklappt gehen diese kontakte hier auf diese metallbleche drauf diese diese metallzungen sage ich jetzt mal es rastet ein so dass die lupe hier oben einigermaßen stabil ist und auch der kontakt gegeben ist für die leuchtmittel die da drin sind also ich habe jetzt hier drei volt leds warm weiß eingebaut ich habe auch hier neben ein zettel liegen dass ich dann nicht anfangen irgendeinen blödsinn zu erzählen also wie gesagt das in warmweise leds jetzt drin so hatte ich das erst mal gemacht habe damit der wirklich keine wackelkontakt gab oder so habe ich hier angefangen lödsinn auf diese bleche aufzutragen und habe das dann direkt miteinander verbunden einmal hier und einmal hier oben war das und ja es war okay aber ich habe mir halt gedacht also ich habe vor allem festgestellt dass diese leds weil die drei volt brauchen brauchen die auch nahezu exakt die drei volt und ich hatte das die ganze zeit betrieben über akkus ich nehme jetzt immer eigentlich nur noch diese akkus auch für mein game gear aber die haben ja nur 1,2 volt und keine 1,5 volt wie die also zwei mal 1,5 sind halt die drei volt die die hier brauchen und sobald dass die schwächer werden nimmt auch die led ab und das war nicht so geil und mit getestet mit diesen hier direkt voll aufgeladen war die led halt auch nicht sonderlich stark gut was habe ich mir dann überlegt ich habe gesehen man kann einen wandler einbauen das habe ich hier gemacht dieser wandler verträgt zwischen 1,8 und 5 volt laut angabe also 1,8 das wäre jetzt im günstigsten fall wenn ich zwei stück von den akkus hier nehme dann bin ich bei 2,4 volt ist es immer noch weit mehr und vor allem ich kann auch jetzt die batterien schön leer machen weil die verlieren ja nach einer zeit auch an kraft sage ich jetzt mal ich muss die also quasi nicht so früh auswechseln ja also wie gesagt ab 1,8 wandelt der halt hoch auf 3,3 also im feld 1,8 bis 5 volt macht der 3,3 draus das heißt ich hoffe dass das halt relativ auch stabil bleibt mit den 3,3 weil das ist jetzt ich meine was ist das ist ein billiges teil aus china da habe ich zwei stück sechs euro 50 oder so gekostet oder knapp fünf euro inklusive versand also das ist lächerlich gewesen ich habe einfach mal gedacht gönnst du dir mal für fünf euro und probierst das aus und das resultat ist halt monster mäßig bei der ganzen installation gab es halt leider nur ein problem weil einige von diesen blechen lassen sich nicht verlöten ich weiß nicht warum ich habe alles gemacht ich habe es angeraut ich habe auch mit flussmittel gearbeitet falls da irgendwie eine oxidation drauf ist dass deswegen das lötsinn nicht drauf bleibt konntest du machen was du willst hier hat es gepasst hier konnte ich löten und dieses teil konnte ich löten aber hier oben die bläsche egal wo konnte ich nicht verlöten jetzt habe ich einfach hier einmal dieses eine plus kabel das rote das habe ich ein bisschen verzinnt sage ich mal und hier oben eingeklemmt also man sieht es jetzt nicht so gut naja das wird man nicht sehen das gibt die kamera nicht her das habe ich hier hinter das blech eingeklemmt so dass es dauerhaft kontakt hat weil wie gesagt am liebsten hätte ich es verlöte das ging aber nicht ich wollte auch nichts verändern baulich an dem ganzen ist ich hätte jetzt theoretisch hier dieses blech kappen müssen dass es hier oben nicht mehr dran stößt und hätte es daran löten müssen aber das wollte ich jetzt nicht ich habe jetzt einfach ein schrumpfschlauch hier oben drauf gemacht dass der ursprüngliche weg denn das bloß nimmt unterbrochen ist sondern dass das bloß jetzt quasi hier rein geht in den wandler und raus geht und dann auf das blech man kann darüber diskutieren ob das jetzt die beste lösung ist das ist jetzt eine lösung die mir jetzt erst mal eingefallen ist mit der ich zufrieden bin man kann das ganze natürlich alles noch sauberer machen das ist jetzt erstmal so mein prototyp sage ich mal und auch gerne diskutiere ich mit euch in den kommentaren darüber also wenn ihr da noch andere vorschläge habt kritik in irgendeiner konstruktive kritik vor allen dingen in irgendeiner form lese ich mir das dann gerne durch wenn ihr das in die kommentare schreibt und gibt natürlich antworte natürlich auch drauf und ja wenn es da bessere ideen gibt dann mache ich das natürlich auch auch hier müsste man noch mit schrumpfschläuchen arbeiten wäre mir jetzt lieber gewesen es ist jetzt einfach nur mal prototyp ich lasse den jetzt auch offen und benutzt es so eine zeit lang und ja eventuell baue ich das alles noch mal sauberer ein und dann mache ich dann den deckel wieder drauf das ganze ist halt nur was ich euch auch schon mal vorwarnen muss hier ist der deckel das ganze ist sehr brüchig also hier oben sind mir die sachen abgebrochen die halter an der seite ging es also ist wirklich sehr schwierig dieses teil hier hinten abzulösen also das müsst ihr euch im klaren sein wenn ihr euch auch mal so eine lupe für den gameboy holen wollt ich habe jetzt gestern im bett mal eine stunde zelda gespielt und ja muss halt wirklich sagen jetzt mit dem umbau ist das top dass das licht ist sehr angenehm man sieht es ja hier schon drauf wie gut es ist eventuell müsste ich mit einem widerstand das sogar geringfügig abdämmen weil eine baulich bedingte schwäche habt das hat das ganze ihr seht das ja und zwar hier neben wo mein finger ist und hier und hier drüben sieht man die lampen also die leds hier auf dem bildschirm von dem gameboy reflektieren und es ist weng zu grell es ist weng zu grell man gewöhnt sich mit der zeit dran irgendwann blendet das gehirn diese lampen da aus und man konzentriert sich auf dem bildschirm in der mitte vielleicht ist grell auch jetzt der falsche ausdruck also das ganze ist schon sehr hell man müsste vielleicht eine weng abdämmen aber es ist halt mehr das nervige dass man halt irgendwann anfängt immer wieder auf diese leds hier an der seite zu achten weil die halt schon sehr auffällig sind die reflektion davon aber wie gesagt bei mir hat es dann ja irgendwann hat das gehirn das ausgeblendet wenn man halt jetzt nicht permanent darauf achtet dann ist das denke ich mal kein problem aber das ist das einzige was ich da jetzt sagen kann was ein bisschen schade ist man darf bei dem ganzen halt nicht vergessen das ist uralte technik 30 jahre alte technik einfach jetzt mal so ein bisschen auf modern umgekrempelt ich denke mal für die meisten kommt es nicht mehr in frage die bauen sich da ein anderes display ein und dann braucht man diese lupen gar nicht mehr kann sie sowieso dann nicht mehr so verwenden aber ja ich wollte halt möglichst nah möglichst authentisch noch spielen einmal wirklich erleben wie das damals war und habe ich mir jetzt halt eben für fünf euro oder wie viel war es na gut der wandl hat knapp drei euro gekostet jedes led ein euro das sind wir bei fünf euro ungefähr wenn du das lütze noch und den strom mit dazu rechnen das nur sagen wir mal roundabout sieben euro den spaß kann man sich mal geben denke ich okay ich will es jetzt nicht länger machen als es sein muss ich zeige noch mal hier innen drin wie das ist also wie gesagt das mit dem heiskleber könnte man alles schöner machen aber ja ich bin erst mal so zufrieden ist schön wenn ihr irgendeine meinung habt schreibt sie kommentare ich lese mir gerne durch und ansonsten ich hoffe es hat euch spaß gemacht abo macht mal gerne eins und daumen hoch würde ich mich freuen wir sehen uns beim nächsten video ciao